Ich muss schon ein bisschen was erzählen. Es wird nicht gedreht, brauchst du es einfach nicht. Hast du denn bei dir gehört, wenn du das Zoom hast, um das gleiche Liste verteilen? Und das Zoom, damit du die gleiche Liste am Rand hast? Weil er rund ist, Michael, weil er rund ist, kriegst du bei einem eckigen Lichten hin. Ich hab immer hinten links. Ja, genau, das ist das Problem. Letzte Woche war ich wieder auf der Deutschen Meisterschaft, um zu gucken, weil ich da Termine hatte, sag ich jetzt mal. 80 Prozent grillt rund. 80 Prozent grillt rund. Das Einzige, was wirklich ist, wenn die eckig grillen, die haben ihre Zizzelzone. Danke, ich hab nur auf Valentina gewartet. Ich hab Valentina. Also, Zizzelzone ist eine Infrarotzone, die bei einigen Grillherstellern fängt das bei 1000 Euro an, bei dem komischen W fängt es bei 1600, glaub ich mal, an. Die heizt hoch bis 600 Grad, bei Napoleon, die schaffen 900 Grad und da hast du so viel Hitze, dass das Fleisch, sag ich mal, so schmeckt, wie beim Holzkohlenbrett.